Dann gehen wir erst für den Vision Point oder was? Ja, ich gehe für ein W-Bild oder das. Du musst gut die Camps hier machen, das gibt ordentlich Stacks bei dir. Keine da. Kein Interesse, wa? Oh. 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 Schade. Ich gehe mal komplett zurück. Da komme ich nicht so wirklich rein oder raus. Wollen wir das Camp hier schon machen unten? Können wir, ich komme. Wenn hier Mephisto steht, kommt er noch raus. Na, hat Samuro aber echt Glück gehabt. Mephisto hat erstes Blut. Sehr gut. Also Mephisto ist Bruder. Ja, dann sollten wir gleich mal für deren Camp unten gehen, oder? Ja, komm gleich, warten wir auf die Tempel, oder? Na, kommt mal hier zusammen, wir zwei. Einmal unser Camp hier. Doch. Das kriegen wir da, wenn wir da alle hier sind. Geht das doch schnell. Ja, jetzt haben die zwei, ich geh schon bald. Nach oben oder unten? Ich geh nach oben. Ich glaube nach oben, da waren glaube ich weniger. Ich mag brennendem Ehrgeiz. Ich geh jetzt auch zur Mitte. Es war die Rechte, um mich zu heilen. Ihr habt eure Sachen halt gemacht. Meine Kraft fährt wieder. Ich will die Faust der Götter. Ja! Guck mal. Und guck ich kriege die letzten Schüsse noch. Sehr gut. Sehr gut. Lass die Waller kicken, irgendwie. Entscheide dich für ein Talent. Die Götter sind in allem und jedem. Nur nach oben. Ihr habt euch als nützlich erwiesen. Ich weiß gerade noch nicht, was das hier oben gibt. Ich sterb auch. Mein Hebeekran ist leider etwas zu spät. Sorry. Ja, kein Problem. Ich wollte den Luz hier unbedingt teilhaben. Und noch sind meine Cooldowns zu hoch. Die ist so heftig, ne? Eure Kraft lässt euch in Stich. No Trap. Dann sollten wir vielleicht gleich auch nochmal ein paar Camps von uns machen, oder? Aber jetzt ist wieder Rejected ein bisschen zu spät jetzt. Wir sind zu dritt. Und weiter. Ich hab' ihn gewarnt. Erwartet ihr Dank dafür, dass ihr eure Pflicht erfüllt. War gleich 10. Müssen wir das mit 10 reißen. Wurde grad zu sagen, ich komme. Wollen wir vielleicht Boss machen? Möge ich nicht. Ja, komm, machen wir Boss. Komm, wir leben alle. Haben wir die Schüsse auch wieder weggemacht. Bruder, komm. Ja, das ist scheiße, dass nicht alle kommen. Aber wenigstens, wenn wir die haben. Na, ist egal. Müssen wir halt jetzt nur draufbleiben. Sehr gut. Nichts. Shit, Mann, hab ich nix zu ready, ne, um den zu biegen. Hm, sehr schön. Was ist mit dem Boss? Ihr könnt mit Geschenk und Ehre. Ich bin einfach immer drauf. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Wer weiß vielleicht, wer gerade gleich noch gesprochen hat. Habt mir nur gedacht, so low kriegen wir den nicht nochmal. Okay, ich muss einmal raus. Ich werde... Ah, shit. Um dich zu healen, hab ich mein Leben gegeben. Mich? Nee, deinem Bruder. Mach's gut gemacht. Ja, ne? Ja, ne? Ich habe mich geopfert. Ja, es war noch witzig gerade, oder? Powerplay hier. Ich muss gerade sagen. Ach, wer würde das Objective jetzt das eine verlieren, aber... Wohl, vielleicht auch beide, ne? Ja, beide verlieren wir wohl sehr wahrscheinlich. Wir haben noch einen leichten Vorsprung, glaube ich, aber... Und er schmilzt. Ich geh nach unten, komm, lass also nach unten. Bruder, komm auch. Ich bin ja auch schon wieder da. Da sind noch mehrere Schüsse. Pass auf, die kommen da in der Mitte. Ja, ich kann mich noch... Sehr gut abgefangen. Hier ist noch eine Waller. Hallo, Frau. Hallo. Ja, hallo. Same. Ich bin da. Ja, ich habe schon vorbereitet. Wollen wir den im Camp stehen? Hm, können wir. Beide Camps, lass die stehlen. Ja. Ich geh nach oben. Oder lass das Vorgleich einfach angreifen. So richtiger heftiger Backdoor-Move. Komm mit. Komm mit. Wieso geht der Tower denn jetzt schon wieder auf mich? Muss ich nicht verstehen, ne? Ja, komm, lass zurückziehen. Nein, wir haben ordentlich da mitgemacht. No. Oh. Abbauern, abbauern, einfach abbauen. Abbauern, abbauen, einfach abbauen. Kommt, ihr kriegt Leuchenspeed. Kommt, wir machen unser Camp. Wir haben euch als nützlich erwiesen. Nice. Zwei kommen gleich, Tempel. Zwei kommen gleich, Tempel. Ja. Ich kann schon sagen, die Waller traut sich nicht wirklich. Die Götter handeln durch mich. Heifeln, wir liegen. Oh Mann. Was tut ihr? Sorry, das war scheiße. Ich hab nur auf was anderes geachtet. Ist jetzt ärgerlich, dass wir gestorben sind. Mal sagen, jetzt ist es nahezu unmöglich hier oben zu verteidigen. Wir sind zu viert oben. Wir sind zu dritt da. Nice. Ja, jetzt haben die einen Vorteil. Aber auch nicht groß. Na, wir können ja hier auch noch was holen. Lass sie in der Mitte bleiben. Wir müssen erstmal noch den hier einnehmen. Ja. Und der oben ist ja durch. Jetzt müssen wir ein bisschen beim Boss aufpassen vielleicht. Oder den selber machen. Ja, startet den. Innen der Kempel, bis ich mich schließe. Das ist ein Messer. Für Hibdorat. Für Hibdorat. Und der Gegend, der Kempelkünkt ist, der Liga. Die Wertschätzung des Höchsten ist, Boah, ich hab keine Ahnung, was da passiert ist, aber... Ich auch nicht, ich hab auch nicht... Ich hab mit meiner Ulti gleich 2 getötet. Einfach nur... Probieren mit Boss zu beenden, oder? Ja, war eben der Camp von denen hier aufgehalten. Ich weiß es auch nicht, aber... Wow, 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 ich bin so gut wie dead. Ich bin tot. Ich bin nur so eben rausgekommen. Ich wollte dir ablenken, dass du da rauskommst. Und jetzt kacken alle ab. Wir müssten unter Zeit haben, Lucio ist ziemlich down. Ach du mein Leben. Hol dir den Tempel in der Mitte, oder? Ja, warte, ich brauch nochmal eben kurz ein bisschen Energie hier. Ja, obwohl die leben zu dritt. Und erst in 25 Sekunden sind wir aufzudritten. Ich hab grad zu sagen, also ich glaub, ich pushe lieber nochmal ein bisschen die Lane raus. Ja, okay. Lass wir da nicht gleich Stress kriegen. Lass mal die trotzdem nerven dabei jetzt. Zu zweit nur ein bisschen nerven. Angst machen. Wir sind Healer und Tank. Wir sind nicht so schnell zu kaputt machen. Ja, das war jetzt vielleicht der Kuh zum Sieg. Jetzt deren Camp-Clown. Ja. Ja, warte, ich bleib stehen. Geh du da hin. Du machst mehr damit, dass ich... Ja, komm. Wir haben genug von der Macht meiner Treppe gestorben. Geh du da hin. Einfach hinter die Mauer springen. Ja. Und jetzt einfach permanent draufkühlen. Ja. Ja. Zeugziemle, neue Kerst, der stolz mich. Dina, eine Festung wurde gezeigt. Es wurde auch Zeit. Ja. Eure Kraft lässt euch im Stich. Mein Geist ist klar. So, was sagt der Masterplan jetzt? in die Mitte das vor irgendwie probieren zu holen noch lass gleich zurückziehen lass zurückziehen wir haben wenigstens paar Schüsse von denen gleich wenn wir Tempel kriegen oder so ja ich glaube jetzt haben wir gewonnen oder? ja nein ich bin natürlich genau wieder ich muss mich hochheilen keine Chance können die Camps es schaffen und die Katapulte Camps und Katapulte Camps und Katapulte ihr müsst auf den Turm steppen bevor das Schild wieder da ist auf dem Ding entzieher einfach drauf steppen das müsste reichen ich hätte sofort nach oben gehen sollen ja das war's gegeben nice nice die Schlacht ist vorbei nun stört nicht weiter den Frieden meines Reichs mvp du hast aber hohen Hellen Damage ja immer mit dabei ja der Heal wundert mich aber okay ich hab diesmal auch echt gut mit drin gestanden keine Ehrung für Gegner Gegner Gegners kacke noch ein game ich könnte wieder Bronze 3 sein heftig geil genau 1 zu 3 müsste ich eigentlich ja bis zu 2 3 4 5 5 5 6 6